Nachdem die vorherigen beiden Happy Reads-Folgen etwas anders waren als sonst, gibt es heute wieder eine normale Folge in Anführungszeichen. Ich denke, wir können uns auf interessante Maps einstellen. Los geht's. Easy Jet Challenge. Oh je. Wo ist mein Kopfhobber hin gewesen? Wow! Ähm... Ähm... Komm ich nochmal runter? Ja, 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 ich schaffe es. Ich bin gar nicht da runtergekommen, wo ich dachte. Jo. Ich hätte natürlich auch einfach unten drunter robben können, aber ey. Apartment Attack. Doesn't work with larger characters. Dann nehme ich natürlich extra, du bist drin, ist doch klar. Hahaha. Hahaha. Hm? Was? Was geht hier ab? Ich komm mal mit runter. Ah! Ah, jetzt wurde ich nur noch die roter Blätter. Ja, oh. Hahaha. Ich finde schon, dass das geht. Ich muss mich nur ein bisschen hin und her schwingen lassen und dann kommt man gut durch. Okay, okay, das hier ist gleich etwas schwieriger zu manövrieren. Komm schon! Ja genau, verliert er eine Beine, vielleicht geht's dann besser. Ah, ich glaube, ich muss da anders rangehen. Mann! Okay, der Rest der Folge ist, wie ich versuch hier durchzukommen. Jo. Aber jetzt komm ich hier durch. Hahaha. Hey, genau. Ich bin doch nicht früher darauf gekommen. Ich kann mich ja weiter bewegen und die roter Blätter sind jetzt kaputt. Oh. Das war sogar gar nicht mal blöd. Ähm, was? Nein, ich muss weitermachen. Oh, jetzt hängt er an der nächsten blöden Stelle hier, ey. Ja, 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 ja. Es geht weiter. Es geht weiter. Von wegen Double-Working-Ladder-Characters. Oh. Das könnte das jetzt mit der längsten Zeit werden, das ich jemals hatte. Ich seh die Münze, ich seh sie. Wenn ich jetzt noch sterbe, oder? Wenn ich jetzt noch sterbe, ich sag euch. Oh, jetzt häng ich das dritte Mal fest, oder wie? Komm schon. Nein, Mann! Wieso häng ich da fest? Ich muss die doch nur da runter... Oh mein Gott, ey. Ich mach gleich einen dritten Schnitt, ich seh das schon. Runter hier, Mann. Ja, ja, yes, 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 yes. Nach innen nicht langer. Jetzt komm ich da nicht hoch. Mein Gott, nein. Super Mario 3. Nee, ich will nicht ihn nehmen, das wird so offensichtlich. Okay, ich muss ihn nehmen, oder ich will den Opa. 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 Dü, 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 dü. Was ist da drü- OI! Was ist da drunter? Was ist da drühen? Ach, da war eine Münze. Da war sogar eine Münze drin. Er gibt doch Sinn. Oh! bip- Oah! Oh! Was ist das denn da hinten? Muss ich da schnell runter? Oah! Gut, dass ich mich gedreht habe. Hä? Und war jetzt die andere Münze... Ich hab' die andere Münze übersehen. Hahahaha! Was war das denn? Nee, ich will noch mal weitergucken. Du bist lame. What?! Iiiiih! Wie sieht Bowser denn aus? Das habe ich für heute noch gar nicht so gesehen. What?! Oh, was verbirgt sich denn hier hinter? Hey, da ist ein Goomba aus Mario, das passt irgendwo. Kill everyone. Das ist nicht so schwer. Und den dann noch. Ja, nun? Bin ich auch gestorben dabei, oder was? Ich kann mir nicht mehr bewegen. Wie habe ich das denn hingekriegt? Was?! New replay. Wie habe ich das denn geschafft, mich mit dem Schwert selber zu killen? So, jetzt. Ja, das ist ultra-realistisch. Pogel am Rett. Ja! Okay, was war denn das für Ass-Physics gerade? Nochmal gucken. Das war denn die Ultra-Ass-Physics. Die Hall of Trials. Von ToxinCat. Auch ein interessanter Name. Na dann schauen wir mal. Ja, ich habe das zu spät gesehen mit der Miene da. Oh! Zum Glück ist das der falsche Arm. Aha! Nein! Oh! Okay, da kann ich so drunter durch. Dachte ich. Ja genau, jetzt wieder. Jetzt sind wir wieder da. Oh! Oh! Devil's Ball! Oh! Nein! Ähm... 10... 200... Hä? 24... Ja, so. Ah! Ah! Ich bin kurz überkommen hier! Die schießen trotzdem dann noch! Okay. Nein! Ich wollte... Mann! Ich hab dir eins aus so den gedrückt! Der ist doch scheißegal. Äh... Was muss ich denn jetzt machen? Hm? Soll ich jetzt die ganze Zeit die drauf fahren oder wie? Was möchtest du? Final Day of Evil School. Was? Was? 69. 60. Okay, nur 60 ist die Antwort. Verstanden. Und wenn man was falsch tut, dann fallen hier zwei Lagen stacheln unter. Super Spike Fall. Welcome to the super awesome dropper. Ey, das ist ein Smiley. Hallo! Ich will nicht von George angelabert werden. Jetzt los hier. And I hope you die. Ist aber schade. Oh, die roten Augen auf einmal... Was ist denn das, ey? Lass mich! Ich geh mir da hier nur durch, Mann! Oh! So, ich hasse, war beim ersten Versuch. Oh nein! Oh! Fly just fit! Was? Ich hab schon beim Endbild den riesigen Meteor gesehen. Oh! Ja, es sind doch noch ein paar mehr. Hä? Was soll ich denn überhaupt machen dann? Wieso stehen wir wirklich weg oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Man könnte das sogar schaffen, zeitlich. Wie war das? Wenn ich jetzt geschickt fahre Ich will es schaffen, das auszutricksen. Komm! Yes! Ah! Wir können nur von der anderen Seite welche. Okay, dann kommt die Heli-Man, ey. Wo kommt die denn runter? Hier? Oh! Jetzt ist alles hier unten. Oh mein Gott! Was geht denn hier ab, Mann? Nochmal welche. Aber ich mag, wie die genau ineinander rasten. Das meint ja vielleicht damit, Fly just sit. Boah! Boah, was ist denn hier alles runtergekommen? Ist es alles runtergefallen? Oh mein Gott! Das geht nicht auf. Das hört einfach nicht auf, ey. Oh, und das ist alles auch noch. Na toll. Suicide Mission! Was so... Cheese! Anakin... 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 Anakin Skywalker... Ist das ein... Ich will gar nicht wissen, was das da ist. Was mach ich da? Was mach ich da? Was mach ich da? Ich mag auch, wie der Korb genau da oben drauf sitzt. Habt ihr gesehen, wie der Korb da drauf war? Ich muss sagen, in dieser Folge gibt's sehr viele Zähne, wo meine Charaktere einfach nur irgendwelche bekloppte Posen einnehmen und abspacken. Also das ist extrem heute. Short Adventure. I don't lie. Here lies Person. Ich verstehe. Die Person liegt dort und dann sagt sie, I don't lie, weil sie steht. Also... Das ist so blöd. Das war mir klar. Ich wollte auch meinen Kopf wieder zurückziehen, aber es ging nicht mehr. Oh... Soll ich das denn machen, ohne dass das... Oh! Übel. Gefährliches Unterfangen mir. Jetzt ist hier ein kompletter Raum entstanden. Also... Das Level hatte durchaus Potenzial. Schade, dass es so kurz ist. Santa's Reindeer. Ne, Reindeer steht ja nicht Reindeer. Ich bin das Reindeer. Ich bin das Reindeer. Ey, du hast sie geflogen. Ich war sogar noch am Leben. Ich bin das Reindeer. Von Santa. Weil ich will jetzt ins Ziel verdammt. Wie passiert das nicht? Reindeer, Mann. Ja, 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 ja. Mental Hospital. Oh... Ich darf noch nicht fahren. Boah, wo ist der Titel erstmal kommen, ja? So... Oh, das ist cool, aber wie dieser Ball da ankommt. Und... Creepy Atmosphäre aufbauen. Und ich fand das auch... Gar nicht mal schlecht, die Idee. Ein Ball kommt einfach auf mich zu. Dieser Stuhl, da hält mich auf. Das ist gruselig. Der Mond sieht aus wie ein Golfball. Das ist auch sehr... Scary. Aber das ist das Ende der Demo. Schade. Neon get the coin too. Oh, das ist eine geile Challenge. Das schaffe ich. Oh! Du bleibst da drin. Oh! Ja, ja, ja. Nein! So mach... Oh! Ey, du hast mit dem Bein schon aufgesammelt. Ey, die schwingt gleich wieder daraus, wenn ich das so mache. Du... Oh! Jetzt dreh dich da rein, ey. Oh, ich werd wahnsinnig. Kann nicht so schwer sein, jetzt. So bin ich hier rumzappelt, ey. Muss ich die gleich erwischen. Ja! Letztes Level für heute, Harry Potter. Ja, ich benutze meinen Zauberstab auch immer so, dass ich ihn auf Leute werfe. Und das klang falsch. Ich denke, ich belasse es dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So. Oh, das ist cool, aber wie dieser Ball da ankommt.